Ein herzliches Willkommen, einen guten Morgen von mir an euch, liebe Kinder, die ja wirklich heute die Zeit nutzt, etwas über die Informatik, über die digitalen Welten kennenlernen zu wollen. Herzlich willkommen natürlich auch die Eltern, die bestimmt mit zuhören oder die Großeltern. Wie schon erwähnt, ich habe ganz viele Dinge vorbereitet, um euch ein bisschen Einblick zu geben, was passiert, was gibt es da alles, was ist das überhaupt, Informatik. Und ganz am Schluss haben wir dann noch genug Zeit, Fragen zu beantworten. Ich kann euch dann auch noch was anderes zeigen, wenn ihr was sehen wollt. Also merkt euch die Fragen gut und dann am Schluss bitte einfach zusammenstellen. Gut, vorgestellt bin ich Sven Rill, also wenn ihr wissen wollt, wo ich herkomme, auch das wurde ja schon genannt. Ich mache dort ganz viel mit Informatik im Bereich Mobile Computing, also so Apps programmieren, sind ganz interessante und ganz zukunftsorientierte Dinge. Wenn ich dann immer gefragt werde, was ist denn Informatik eigentlich, dann ist das ja immer so, das ist der Computer, da wo man reinschaut, da drin passiert irgendwas. Aber ich gebe dann lieber eine ganz andere Antwort. Ich sage einfach Informatik, das ist einfach das, ohne das geht einfach nichts mehr. Also Informatik steckt überall drin und wo die überall drinsteckt, das will ich euch jetzt zeigen. So als kleinen Einstieg gibt es ein kleines Video. Hier seht ihr, so wie ihr eure Klassenzimmer kennt, so haben wir auch Vorlesungsräume. Und was wir in der Informatik auch gern haben, sind Labore. Und in den Laboren machen wir eben die Dinge, die es dann in Zukunft mal geben soll. Und hier ist ein Labor, das nennt sich Künstliche Intelligenz. Und da wohnenbar oder stehenbar Gerätschaften, die ich euch gleich dann heute vorstelle. Hier erstmal kurz das Video, um einen Eindruck zu vermitteln. So, habt ihr schon gesehen, mein kleiner Freund, wenn wir uns heute nicht online, sondern real hätten treffen können, dann hätte ich den auch mitgebracht, dann hätte er den mal anfassen können. Aber vielleicht klappt das ja irgendwann anders mal. So, also Informatik, was machen wir denn da alles? Was sind diese digitalen Welten? Dieses Computer, das lassen wir heute mal weg, weil das ist langweilig. Da drin passiert ganz viel, aber das erfahren wir später vielleicht am besten. Heute möchte ich euch vorstellen, meinen kleinen Freund hier. Der heißt Nao, den stelle ich euch gleich noch ein bisschen näher vor. Und dann zeigt er euch auch ein bisschen, was er so kann. Dann gibt es ganz viele Arten von verschiedenen Robotern. Auch da drin steckt ganz viel Informatik. Was muss ich da tun, dass ein Roboter das kann, was er tun soll? Zeige ich euch ein paar Beispiele. Und eins möchte ich euch auch zeigen. Ich hoffe, es funktioniert dann auch direkt mit meinem Handy. Was ist eine virtuelle Welt? Was ist eine digitale Welt? Wie tauchen wir dort ein? Was können wir dort alles tun? Das sehen wir dann im zweiten Teil. Deswegen, ich habe es ein bisschen aufgeteilt. Das Ganze auch ein bisschen farblich sortiert. Dann wisst ihr auch immer gleich, wo ich mich befinde. Über was ich euch erzähle. Im ersten Teil, hier so grün eingefärbt, geht es darum. Was ist so ein humanoider Roboter? Also was ist ein Roboter, der aussieht? So ähnlich zumindest wie ein Mensch. Und Dinge kann wie ein Mensch. Was können die heute schon? Was sollen die alles in Zukunft können? Dann als zweiten Teil so Industrieroboter. Die bauen alles Mögliche. Autos, Maschinen, alles das machen schon Roboter. Da zeige ich euch ein bisschen, was so ein Roboter auch noch kann. Und auch so ein Thema Autofahren. Wenn wir damit fertig sind, möchte ich in Gelb wechseln mit euch. Dort geht es wirklich um diese virtuellen Welten. VR, AR, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Vielleicht auch noch ein Handy ist schon mal irgendwie ausprobiert oder mit Berührung gehabt. Dort zeige ich euch mal, wie das funktioniert. Und ganz am Schluss ist auch immer so ein Thema, was die Jungen, was euch so interessiert, glaube ich. Spiel, Spiele. Was ist denn das? Wie entwickle ich ein Spiel? Also wir spielen heute kein Spiel. Sondern ich will euch mal zeigen, wie man so ein Spiel herstellen kann. Das sind so die drei großen Bereiche, mit denen ich durchkommen möchte. Und fangen wir mal mit dem ersten Teil an. Hier, mein kleiner Freund. Ich habe euch mal einen Steckbrief zusammengestellt, wer das hier ist. Der heißt Nao. Der ist schon ziemlich alt, obwohl er so klein aussieht. Der ist nämlich im Jahr 2006 entstanden. Seitdem gibt es das schon. Also wenn wir uns jetzt mal sein Alter vorstellen würden, dann ist er fast 16 Jahre alt. Vor 16 Jahren gab es nicht das Modell, was ihr hier seht. Dort war der noch deutlich einfacher. Also das hat sich schon fortentwickelt. Und das ist die sechste Generation von diesem und den ich euch heute vorstelle. Das ist der Nao V6. Was der am liebsten macht, ich glaube, das machen einige von euch Jungs am liebsten auch. Der spielt extrem gern Fußball. Der kann auch Fußball spielen. Der hätte zwar keine Chance gegen euch, aber der spielt dann gegen seine Freunde. Wir haben bei uns an der Hochschule sechs solche kleinen Naos stehen. Und die sollen auch mal perspektivisch eine kleine Mannschaft bilden und dann Fußball spielen. Und das zeige ich euch, wie das funktioniert oder wie das aussieht zumindest. Der kleine Kerl, der ist nicht sehr groß. Gewicht und Größe kommt gleich. Und der läuft natürlich mit dem Akku. Also der hat keine Endlosenergie. Deswegen schafft der maximal so eine Stunde oder eine anderthalbe Stunde. Dann muss der leider erst mal wieder in die Steckdose. Aber auch das kennt ihr bestimmt von eurem Smartphone. Was ihr euch den mal vorstellen könnt. Ich habe ihn gleich im Video für euch. Dann seht ihr auch die Größe vielleicht so als Verhältnis. Der ist 5,5 Kilo schwer. Ich weiß nicht, ob er schon mal so eine schwere Gartengießkanne getragen hat von euren Eltern, um da mal die Pflanzen zu gießen im Garten. Wenn er die große Gießkanne, gibt es einen kleinen und einen großen, nehmen wir mal die große, halb voll mit Wasser füllt. Zu schwer ist der ungefähr. Also ist schon ein bisschen was, aber der lässt sich noch tragen. 60 Zentimeter groß, relativ klein. Aber auch das reicht, um die ganze Technik erst mal zu erforschen. Was hat er so eine Technik drin? Der hat, seht ihr gleich, zwei blinkende Augen. Dahinter verstecken sich zwei hochauflösende Kameras. Der sieht nämlich alles. Der erkennt euch auch später. Der will alles erkunden. Der hat dann aber auch so etwas wie Ultraschallsensoren. Damit misst er quasi die Entfernungen. Der will nicht unbedingt gegen den Schrank oder gegen die Tür laufen. Der hält vorher an. Und dann hat er noch was ganz Nützliches. Mikrofone und Lautsprecher. Und damit kann er sich sehr gut unterhalten mit den Menschen. Der hat verschiedene Sprachkonstrukte gelernt. Und dann kann er auch Antworten geben und auf den, der mit ihm spricht, reagieren. Und dann gibt es noch andere Dinge, die jetzt nicht so wichtig sind. Also zusammengefasst, das ist schon fast ein kleiner Teenager. Der macht so ein paar Dinge, die ihr vielleicht auch machen wollt. Und den möchte ich euch jetzt einfach mal zeigen. So, das ist hier mein Freund. Das habe ich gestern aufgenommen, das Video. Ich habe mich ein bisschen mit ihm unterhalten, habe ihm ein bisschen was machen lassen. Und schaut euch das einfach mal an. Und wenn ihr, wie gesagt, dann zum Schluss ein paar Fragen dazu habt, einfach im Chat schon mal schreiben, merken oder dann eben später fragen. Hallo, liebe Juniostudenten. Ich begrüße euch recht herzlich. Hallo, Mau. Wie heißt du? Du kannst mich Mau nennen. Wie alt bist du? Kannst du aufstehen? Willst du, dass ich aufstehe? Ja. In Ordnung. Ich stehe auf. Wie geht es dir? Ich fühle mich immer gut. Danke dir. Wie läuft es bei dir? Alles gut. Prima. Kannst du singen? Ich kenne noch nicht viele Songs, aber ja. Willst du wirklich, dass ich etwas singe? Ja. Okay. Das war's. Nao? Ja? Kannst du fliegen? Vielleicht irgendwann, wenn Schweine fliegen lernen. Kannst du dich hinlegen? Auf den Bars oder auf den Rücken? Auf den Bauch. Okay. Jetzt kann ich es wieder kommen. Tschüss. Meine Interni-Adresse ist der 192 168 1 234. Oh? Oh? Was mache ich auf den Boden? Das war's. Wieder auf meine Beine. Mir geht es dir besser. Lass uns Englisch sprechen. Willst du, dass ich Englisch spreche? Ja. Okay. Lass uns Englisch sprechen. Ich spreche Englisch. Hallo? Hallo? Was ist dein Name? Du kannst mich jetzt callen. Nein, immer noch nicht. Stimmt. Schaltet sich wahrscheinlich immer selber aus. Gott, nicht Emily. Gott, nicht Emily. Oh mein Gott. Emily. Ey. You can stop me by touching my head. Here, take my hand. Let's go. Please bring me back here when we're done. I can't go this way. Sorry. Sing the air you see song. Sure. Do, a deer, a female deer. Ray, a tropical golden sun. Van, ni, a name I call myself. Ba, a long, long way to run. So, a needle calling thread. La, a note to follow so. Ti, a drink with jam and bread. That will bring us back to dough. That's it. Tai Chi? Okay. tai Chi, tai Chi. Ooh. 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 Am I going it, Oh, oh, what am I doing on the floor? And that's it, back on my feet. I feel better like that. I feel better like that. I feel better like that. Speak German. Do you want me to speak German? Yes. Okay, let's speak German. Auf Wiedersehen, liebe Kinder. So, das war mal eine kleine Übersicht, was der alles so kann. Und ihr habt ja gesehen, also ich war richtig fies, weil der läuft recht ungern auf so einem weichen Unbegrund, wie ich hier gewählt habe, dem Teppichboden. Der hat, wo er sein Tai Chi machen wollte, auf einem Bein relativ leicht das Gleichgewicht verloren. Er hat es zwar versucht, aber ihr habt ja gesehen, das ist für ihn auch kein Problem. Dann fällt er halt hin und steht wieder auf. Das kennt ihr ja auch vom Fußballspielen bestimmt oder von anderen Sportarten. Der ist da relativ robust. Und ihr habt so ein bisschen gesehen, mit dem kann man sich unterhalten. Das muss man ihm natürlich alles beibringen. Man muss ihm erklären, was muss er denn tun, wenn und wenn man ihm gewisse Kommandos gibt oder wenn er gewisse Dinge sieht oder hört. Beim Laufen ist es euch vielleicht aufgefallen. Ich bin mit ihm ja so einen kleinen Kreis gelaufen. Dann hatte ich mein Bein im Weg und dann hat er festgestellt, okay, da ist irgendwas vor mir, da halte ich lieber an. Und dann hat er auf Englisch gesagt, hier komme ich nicht durch, ich bleibe jetzt mal stehen. So lange so Dinge kann man ihm alles einprogrammieren. Ist eine schöne Sache, weil man sieht auch mal, was passiert. Das, wie gesagt, mein Freund, der Nau. Und ich habe euch erzählt, der spielt gern Fußball. Dazu braucht man natürlich die ganze Mannschaft. Und da spielt man auch nicht. Ich habe hier so einen typischen weißen Fußball gewählt, mit dem weißen Fußball. Da spielt man mit dem roten Fußball und mit dem blauen Fußball, weil den kann er ganz gut erkennen. Farben sieht er besser als so was Helles. Und dafür gibt es echte Weltmeisterschaften. Die letzte war leider auch wegen Corona 2019 in Sydney. Untertreffen sich ganz viele, sind oftmals Hochschulen oder eben auch andere Vereine, die so was umsetzen, die die Dinge programmieren, Jahr für Jahr versuchen zu optimieren. Und ich zeige euch mal so ein ganz kleines Angriffsspiel. Ganz kurze Sequenz nochmal, dass ihr seht, wie das dann aussieht. Bitte nicht wundern, also die rennen jetzt nicht so, wie ihr es kennt. Die laufen jetzt ein bisschen schneller, als meiner eingestellt war. Aber das ist schon die Höchstgeschwindigkeit. Aber die können auch recht gut schießen. Der Torwart hier, werdet ihr gleich sehen, der schläft ein bisschen. Der guckt wahrscheinlich gerade woanders hin und hat den Ball nicht im Visier. Ach so, okay, die spielen sogar mit dem weiß-schwarzen Ball. Und das Tor fällt dann gleich. Zwei-Verteidiger hindurch und jetzt muss er ihn über die Linie drücken. Also das war sehr stark. Einfach mal durchs Zwei-Verteidiger ganz in... Also ihr habt schon gesehen, da läuft eine ganze Mannschaft rum. Die eine mit roten Shirts, die andere mit blauen Shirts. Und der Torwart war halt einfach zu spät dran. Der hätte sich hinschmeißen können, aber den Ball hätte er wahrscheinlich eh nicht gekriegt. Und der andere hat gutes Tor geschossen. Also da steckt ganz viel Technik drin, weil da muss man schon ein bisschen aufpassen, ein bisschen wissen, wo rennt man denn hin. Ihr habt ja auch gesehen, vielleicht der eine hat seine Arme hinterm Rücken verschränkt. Also schuppern, umschmeißen, das gilt natürlich auch nicht. Also wenn es hier einen Foul gibt, wie bei euch, dann gibt es auch eine Zwei-Minuten-Strafe oder so. Dann wird der rausgestellt und dann muss die eine Mannschaft mit einem weniger spielen. Okay, das war mal so ein Überblick, was so ein humanoider Roboter kann. Also der so aussieht, wie wir schon fast. So ein Mensch mit Armen, Beinen, ganz viele Bewegungen ausführen kann. Es gibt aber in Informatik ganz viele andere Roboter, die ganz viele Aufgaben machen, ohne die wir viele Dinge gar nicht mehr hätten. Die nennt man dann entweder Industrieroboter oder auch irgendwas anderes und die können auch ganz coole Dinge. Und da möchte ich heute noch zwei zeigen, zwei Beispiele. Das eine ist hier so ein typischer Industrieroboter, das seht ihr hier unten links. Der hat einen Arm, den er so meistens mit zwei, drei Gelenken relativ flexibel bewegen kann. Der steht aber fest irgendwo und dreht sich dann und tut irgendwas links und rechts von ihm. Das Teil hier, das heißt Doppert, das wird auch der Magier genannt. Was der vor allem gern spielt, das zeige ich euch gleich, der baut gern Lego-Sets zusammen. Spielt ihr bestimmt auch, Lego, irgendwas, Star Wars, Friends, was es alles so gibt. Und da der recht klein ist, auch hier, das ist ein kleineres Modell, der kann 500 Gramm, habt in der Schule bestimmt alle schon gelernt, das ist ein halbes Kilo. Also so eine halbe Tüte Zucker, die kann der hochheben. Schwerere Sachen kann der jetzt nicht. Es gibt aber viel größere, die ähnlich aussehen, die können dann auch deutlich mehr bewegen. Der hier ist auch relativ klein im Radius, also der dreht sich so um 30 Zentimeter rundherum. Und was der will, der will mal Tischtennis spielen lernen. Ich weiß nicht. Ihr habt ja auch in der Schule viel, was ihr lernen wollt. Und der will jetzt mal Tischtennis lernen. Der hat letztes Semester bei uns angefangen. Ich zeige euch auch, wie weit er schon ist. Das klappt noch nicht so richtig gut. Aber wenn der lernt, dann kann er irgendwann halt auch mehr. So, jetzt erkläre ich euch erst mal, wie das funktioniert, wenn der Lego bauen möchte. Also wir haben eine große Lego-Tüte, nehmen die aus dem Karton, schmeißen die auf den Fußboden. Und jetzt soll er anfangen, anhand der Bauanleitung, die da ja auch drin steckt, sich die Teile zusammenzusuchen und dann zusammenzustecken. Was wir hier haben, wir haben erst mal jetzt zwei Freunde. Die bauen die zusammen mit zwei solcher Roboterarme, einer links, einer rechts. Der rechte hier, der ist nur dafür da, die Steine aus der Packung quasi zusammenzusuchen, also zu identifizieren, zu erkennen, wo liegt denn was. Deswegen hat er hier vorne an seinem Roboterarm eine Kamera dran hängen. Die Kamera hat hier so ein Kabel. Das Kabel geht zu irgendeinem Computer, den sehen wir jetzt gerade nicht. Und der zeigt dem Computer quasi das Bild. Und der Computer wertet dann aus, wo liegt denn der rote Sitz, wo liegt denn die grüne Alge und wo liegt denn das Lego-Männchen. Dafür ist der zuständig. Und was der dann macht, der sagt es oder zeigt es dem Computer. Der Computer berechnet dann hier unten, seht ihr das ganz unten rechts im Bild, so eine kleine Landkarte, wo welche Steine liegen. Wir haben hier ein kleines Beispiel auf dem Tisch aufgebaut. Und dann sagt der Computer dem linken Roboterarm, wo das denn ist. Der weiß das dann und anhand der Anleitung sucht er sich nach und nach das richtige Teil aus. Der hat jetzt keine Kamera vorn montiert, sondern der hat so einen kleinen Greifarm. Der kann so einen Lego-Stein greifen. So, und dann baut er das zusammen. Das geht jetzt relativ fix. Ihr könnt das Video ja später vielleicht nochmal angucken. Die Videos werden ja aufgezeichnet. Aber die zwei, die unterhalten sich jetzt quasi. Ihr hört es nicht, weil das über den Computer funktioniert. Und der rechte erzählt, wo der Stein liegt. Der linke kommt und holt sich den Stein. Und ihr werdet dann auch immer sehen, hier unten in diesem rechten Teil, die Steine, die er sich genommen hat, die verschwinden dann natürlich aus dem Blickbild, weil die auch nicht mehr auf dem Tisch hier liegen. Die sind ja weg. Die zwei, die stecken jetzt das Lego-Set noch nicht zusammen. Da bräuchte man jetzt noch einen dritten oder einen vierten Arm. Auch das könnten die schaffen, aber so weit sind die hier noch nicht. Okay, also hier auch eine kleine Filmsequenz, wo ihr seht, wie das funktioniert. Wie gesagt, geht relativ schnell. Jetzt fährt er mit der Kamera drüber. Identifiziert, wo was liegt. Das ist mal hier unten. Und der zweite Hulst ist jetzt, laut Bauernleitung ist jetzt erstmal das Lego-Männchen dran. Wird rausgelegt. So, jetzt guckt ihr ja kurz, hat nur einmal geschaut. Der sieht jetzt hier, das Lego-Männchen ist ja schon weg. Jetzt brauchen wir den roten Sitz. Und der rote Sitz. Und so geht das weiter. Jetzt ist, glaube ich, der Probeller dran. Und jetzt noch die Alke, glaube ich. So, habt ihr mal Stopp gemacht. Und so kann der sich Teil für Teil holen. Also die Technik hier ist jetzt erstmal mit Kamera versuchen zu erkennen, was liegt denn hier überhaupt. Und der andere holt sich's halt. Und dann kann man schön nach der Anleitung, die man im Computer gespeichert hat, das Ganze dann zusammenbauen. Also, das macht er lieben gern. Und das macht er auch den ganzen Tag. Die Roboter haben festen Strom. Also die können das auch von früh bis abend machen. Die brauchen keinen Schlaf. Die bauen Lego-Set für Lego-Set. Aber ich habe euch ja auch gesagt, er will ja was Neues lernen. Lego kann er schon einigermaßen. Jetzt will er aber mal Tischtennis spielen lernen. Tischtennis spielen ist für den um einiges schwieriger. Der hat sich jetzt hier, beziehungsweise die Studenten, haben den hier jetzt so einen Schläger an den Arm geklemmt. Ein Tischtennisschläger ist kein besonderer schöner, aber erstmal reicht das. Und hier gibt es hier dann einen Ball. Der Ball, der kommt in so einer Flugbahn. Ich weiß nicht, wer von euch Tischtennis vielleicht schon mal gespielt hat. Jetzt ist es natürlich entscheidend, das können wir Menschen deutlich schneller und besser, aber der Computer sollte eben auch können. Er schaut jetzt und berechnet, wie fliegt denn hier der Ball. Dass er das kann, das ist jetzt hier auf dem Foto nicht sichtbar. Ist im Vordergrund noch eine Kamera montiert, mit der der Computer quasi... Okay. Jetzt bin ich, glaube ich, rausgeflogen. Okay. Herr Neumann, bin ich noch drin? Ja, Sie sind noch drin. Okay, Bild ist auch wieder da, ne? Nee, Sie sind im Moment in der Anmeldemaske. Sie müssten wahrscheinlich... Ah, okay. Ja, Moment, ich starte mal. Ach, der hat die Freigabe rausgeschmissen. Ja. Sonst, wenn Sie einfach Freigabe beenden und nochmal neu freigeben, dann müsste es wieder funktionieren. Die Folie ist noch nicht da, ne? Nein, noch nicht. So, Moment. Jetzt wird sie Freigabe nochmal neu starten. Ja. Ja, wunderbar. Jetzt ist es wieder da. Okay, gut. Entschuldigung, die Technik, ihr seht, die funktioniert nicht immer so, wie sie soll. Okay, also er muss im richtigen Moment zuschlagen. Hier vorne ist noch eine Kamera montiert und jetzt ist es eben, da muss man ganz viel Mathematik reinstecken. Also auch wenn ihr in der Schule immer vor Mathe keine Lust habt, hört trotzdem gut zu und lernt ganz viel Mathe, weil das braucht man zum Beispiel hier. Also wenn man dem beibringen will, wie er Tischtennis spielt, das Mathe, das A und O. Und jetzt auch eine kleine Sequenz hier. Ihr werdet sehen, das sind noch relative Anfänger, ne? Also der muss wirklich noch viel lernen, aber so ein bisschen kann er schon. Schauen wir mal, ob er den Ball trifft. So, und wie ihr euch vorstellen könnt, der müsste zum einen natürlich deutlich schneller schlagen. Also da bräuchte man die Technik, die an diesem Roboterarm ist, die müsste deutlich flinker sein. Und dann, wenn er den Ball richtig trifft, dann kann er den bestimmt auch mal richtig übers Netz spielen. Also sowas kann man auch machen und da macht dann auch, wenn ihr keine Lust habt zum Mathe, vielleicht mal hat er trotzdem wieder Spaß. So, und schnell noch einen dritten Teil gezeigt. Selbstfahrende Autos, habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Und deswegen beschäftigen sich unsere Studierenden auch so ein bisschen mit dieser Robotik und bewegenden Fahrzeugen. Und hier zum Beispiel haben sie mal ein Auto zusammengebaut. Das Auto haben sie wirklich komplett selbst gebaut. Das ist kein Bausatz, den es im Laden zu kaufen gibt. Mit 3D-Druckern gedruckt, die Elektronik selber zusammengelötet, die ganzen Kabel gebaut. Und dann wieder Computerprogramme geschrieben, Algorithmen geschrieben, dass dieses Ding so fährt, wie es waren soll. Ich zeige euch schnell mal, wie das dann aussieht. Ich zeige euch schnell mal, wie das dann aussieht? Also, die haben da ganz viel englische Begriffe drin gehabt, habe da vielleicht jetzt nicht alle mitgelesen. Also, die haben ganz viel probiert. Da hat was funktioniert, da hat auch was nicht funktioniert. Aber am Ende ist das Auto gut gefahren und hat dann auch diesen Parcours, der sollte da quasi um den Parcours, um die Kegel herumfahren, selbstständig. Und das hat er dann auch geschafft. Er wurde auch gesteuert, ja, und manches fährt dann auch selber. Also, der kann beides dann. So, deswegen, also ich wollte hier in dem ersten Teil so einen kleinen Einblick mal geben, was machen diese Roboter so? Unsere NAO, unsere Industrieroboter und wie kann so ein Fahrzeug fahren? Das war mal so ein Einblick in die erste Welt. Dann will ich aber rüber wechseln in die erweiterte Realität, in die virtuelle Realität. Da war ja auch das Preisrätsel eine Aufgabe für euch. Die war bestimmt nicht einfach, muss ich zugeben. Ich zeige auch gleich mal, was da hinterher rauskommen können und wie das aussah. Hier geht es darum, wie stellen wir Dinge, die wir in unserer Umgebung sehen, noch mal auch virtuell dar. Und da gibt es eine Unterscheidung. Zum einen wollen wir die bestehende Realität, in der wir uns selber bewegen, also in eurem Kinderzimmer zum Beispiel, da rein platziere ich plötzlich noch virtuelle Dinge. Das sieht dann so aus, hier oben sieht man typischerweise mit dem Handy dann, ich habe eine Landschaft im Hintergrund, ich halte die Kamera auf diese Landschaft, sehe dann in meinem Handy quasi, in dem Computer hier, die Landschaft und positioniere hier so einen kleinen Tamagotchi rein. Und dann habe ich hier die virtuelle Realität geschaffen. Den gibt es ja nicht hier hinten in der Wiese, den gibt es nur in meinem Handy. Das ist die eine Sache. Und die andere habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, vielleicht auch schon mal irgendwo ausprobieren können. Denn es gibt sogenannte VR-Brillen, da taucht man komplett in eine virtuelle Realität ein. Also man guckt nicht mehr außenrum, was im Kinderzimmer passiert, sondern setzt so eine Brille auf und sieht nur noch das Bild, was einem hier durch zwei kleine Monitore in der Brille dann quasi ins Auge projiziert wird und man sieht dann irgendwas. Man kann dort nach Australien wechseln, nach New York oder irgendwo auf den Mars gehen, obwohl man noch im Kinderzimmer ist. Und das sind so die zwei Begrifflichkeiten, die ich jetzt auch verwendet vielleicht. Hier oben AR für diese Augmented Reality und hier unten ist die virtuelle Realität mit VR. Ich zeige euch jetzt aber den oberen Teil, weil das lässt sich hier recht gut zeigen. Für das andere bräuchte man so eine Brille und die müsstet ihr wirklich aufsetzen. Und für dieses AR hier oben gibt es ganz viele interessante Apps. Eins eben, wie gesagt, dieses Quai war aus der Aufgabe. Aber dort gibt es auch ganz viele Anbieter von Produkten, die ihre Produkte quasi, bevor man sie kauft, einfach mal virtuell in die Welt, in die eigene Welt projizieren. Das kann man mit dem Handy ganz gut machen. Und es gibt auch ganz viele spannende Apps, wo man auch so ein bisschen in der Schule nehmen könnte, um ein bisschen was zu lernen. Da zeige ich euch dann auch gleich mal. Ich habe aber noch eine App mitgebracht, die eine Studentin von mir geschrieben hat in ihrer Abschlussarbeit. Die hat quasi mal mein Büro verschönern wollen, um dort ein paar schöne Pflanzen reinzusetzen. Ich zeige euch gleich, in meinem Büro steht nur eine Pflanze. Die hat noch relativ wenig Blätter. Und dort platziere ich dann gleich mal bei Virtuelle. Wie macht man sowas? Diese Dinge zu platzieren, ich sagte ja schon, man braucht irgendwie eine Kamera. Weil man will ja das Leben um einen herum, die Realität, den Raum einfangen in den Computer mit einer Kamera. Und dann will man dort noch irgendwas Virtuelles rein projizieren. Dort hat man aber ganz viele Probleme, weil auf eurem Kamerabild, auf eurem Handybild, seht ihr alles ja nur zweidimensional. Das ist ja eine zweidimensionale Scheibe, obwohl der Raum dreidimensional ist. Wenn ihr euch jetzt mit euren drei Freunden vielleicht vorstellt, in eine Reihe stellt, dann wollt ihr ja wissen, ich bin erster, du zweiter, du dritter, du vierter. Jeder, der weiter vorne steht, überdeckt ja irgendwie eine andere. Und genauso muss es hier auch funktionieren. Und deswegen ist es da ganz wichtig, Abstände zu berechnen. Das kann eine Kamera nicht so gut. Dafür gibt es andere Technologien. Und neuere Systeme, deswegen habe ich das hier mal mitgebracht, ist zum Beispiel so ein LIDAR-Scanner. Und der misst mit Infrarot. Ich weiß nicht, ob die Größeren von euch haben in der Schule vielleicht schon mal was für Licht in der Schule, Physikunterricht gehört. Und das ist Infrarot-Licht. Eure Fernbedienungen vom Fernseher funktionieren alle mit Infrarot. Da könnt ihr euer Lautstärke einstellen oder Sender einstellen. Und hier ist ein Infrarot-Center drin, der misst die Entfernung quasi. Der versucht zu erkennen, wie weit ist denn was weg. In dem Fall hier, die Kamera, die hier oben ist, mit dem LIDAR-Scanner. Wie weit ist denn dieses Sofa hier entfernt? Weil dann kann ich so ein virtuelles Objekt sehr gut platzieren. Nicht, dass es eigentlich hinter dem Sofa ist, aber das Sofa überdeckt. Das muss ich sicherstellen. Und das ist ein bisschen kompliziert. Wie das dann aussieht, wenn der Computer das anschaut, seht ihr hier mal. Jetzt hat dieses Sofa hier, könnte man denken, da liegt so ein Fischernetz drüber. Das ist aber nur virtuell. Der berechnet jetzt quasi diesen Raum. Wie weit ist denn irgendwas weg? Der Tisch ist nicht so weit weg wie dieses Sofa. Und da liegt er auch so ein Netz drüber, um dann später seine virtuellen Objekte sinnvoll einzuplatzieren. Gut, aber um das mal zu zeigen, hier noch ein anderes Bild, wie man das mit Farben darstellen kann. Also um Grün herum ist es relativ nah und umso mehr Rot der Farbton wechselt, umso weiter weg bin ich im Raum. So hilft sich der Computer, so sieht er das in sich drin. Gut, wie sieht es denn aus? Ich habe hier ein kleines Beispiel mitgebracht. Ich starte einfach mal das Video, es ist eh kein Ton, da kann ich ein bisschen erzählen. Ihr seht hier meine Pflanze, habt ihr vielleicht gerade gesehen. Die sieht recht rustlos aus, ansonsten so ein typisches Informatikerbüro, lauter Bildschirme und irgendwelche Geräte. Und jetzt kann ich mit der AR-App hier eine Pflanze in den Raum stellen. Die steht jetzt hier. Unsere Regale sind auch ziemlich leer. Und hinten in die Ecke, da ist ganz viel Platz, da könnten wir jetzt eigentlich mal zwei Pflanzen hinstellen. Da stellen wir mal eine größere hin. So, und dann habe ich noch eine größere Pflanze, die kann man da daneben stellen. So, jetzt sieht man schon die eine große, die nimmt der anderen ja das ganze Licht weg. Die zwei sollten wir nochmal wechseln. Löschen wir die nochmal raus, löschen wir die andere raus. Stellen sie nochmal andersrum hin. So, so sieht es schon ein bisschen besser aus. So, jetzt hat der Kollege da drüben schon mal zwei Pflanzen bekommen. Dann könnte man hier noch ein paar kleine Kakteen hinstellen. Die brauchen nicht so viel Wasser, die halten sich länger. Ach nee, das ist erst noch eine große Pflanze. Hier im Regal stellen wir ihm da nochmal eine kleine Kaktus hin. Gibt da oben nicht, stellen wir ihn hier unten rein. So, und so kann man ausprobieren, wie das Zimmer denn aussehen würde, wenn ich diese ganzen Pflanzen jetzt kaufe. Und bevor ich mir die hole und dort rein stelle, gucke ich mir erstmal an, gefällt mir, gefällt mir nicht. Und dann kann ich das noch wirklich in die Tat umsetzen. Und so versucht man seine eigene Realität, das was man durch die Kamera sieht, eben mit virtuellen, im Computer erstellten Modellen quasi zu ergänzen. Und ich zeige euch jetzt mal diese Problematik mit was ist vor einem und was ist hinter einem. Ihr seht ja jetzt, die große Pflanze verdeckt diesen Kaktus. Und das muss der Computer richtig berechnen. Das kann er davon nicht falsch darstellen. Wenn ich jetzt meine Hand mal nehme und vor der großen Pflanze oder in der Pflanze und hinter der Pflanze bewege, dann seht ihr schon, das funktioniert einigermaßen gut in der Pflanze, das ist nicht ganz so gut. Das liegt aber eher ein bisschen daran, dass das Modell von der Pflanze nicht so detailliert hochauflösend ist. Aber das ist so die Problematik, die man dort reinstecken muss und da spielt dann auch für die Informatik der Anspruch. So, die Hausaufgabe in dem Sinne oder eben die Rätselaufgabe war ja diese eine App, mit der ich was ausmalen kann und das dann zum Leben erwecke. Das zeige ich euch jetzt gleich mal. Ich hoffe, die Technik funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, habe ich euch ein paar Folien da auch jetzt erstmal vorbereitet. Aber wir probieren es gleich mal aus. Was man macht, man nimmt quasi eine Malvorlage in 2D. So ein ganz einfaches Malblatt, kennt ihr alle. Und malt das aus. Und jetzt füttere ich mein Handy mit dieser Malvorlage und sage ihm, welche Teile von dieser Figur sollen welche Farbe bekommen. Und dann rechnet der Computer das um und berechnet da draußen ein echtes 3D-Modell. So wie ihr alle ausseht, richtig so mit Größe, Breite. Und dann kann man das auch im Handy darstellen. Das Ganze sieht dann hier so aus. Ich zeige es erstmal auf den Folien und dann gleich nochmal in Realität. Ich habe mal ein anderes Beispiel genommen. Das zeigt es nämlich auch recht schön. Hier ist ein Motorradfahrer. Der soll jetzt gleich Motorrad fahren. Und der hat hier so eine Weste, der hat Stiefel, der hat einen Helm und lauter so ein Zeug. Der Anzug. Und dann kann man sich für eine Farbe entscheiden. Und der Computer passt das dann alles zusammen zu dem 3D-Modell, so wie der wirklich aussehen soll. Und was dann rauskommt, ist dann ein echtes Männchen, was dann eben berechnet, aufgrund diesen Farben, die ich ausgemalt habe, wirklich so aussieht, wie er aussehen soll. So, das sieht man jetzt hier in der Folie nicht so schön. Wie gesagt, ich zeige es gleich mit meinem Handy, wenn es funktioniert. Oder hier von der Seite. Und ich habe eben den Anzug grün gemalt. Deswegen ist der hier so grün. Der Helm ist rot. Hat so ein bisschen gelben Streifen und die schwarz-blauen Stiefel. So, ich probiere jetzt mal, ob ich da hin wechseln kann. Und dann zeige ich euch mal mein Ausmalbild. Ihr könnt bestimmt schöner malen als ich. Okay, sieht gut aus. Aber schauen wir mal, ob es funktioniert. Als erstes, hier ist meine Malvorlage. Muss ich dem Computer sagen, um was es geht. Das geht jetzt um den Motorradfahrer. So, und jetzt habe ich den hier so, wie er ist, entsprechend zum Leben erweckt. Ups, Moment. Ja. Ihr seht auch, mein Handy macht im Hintergrund, ich bin jetzt hier nicht plötzlich in der Landschaft, macht ja auch noch so ein Landschaftsbild rein. Und die Figur, ich kann mir die auch hier so ein bisschen von der Seite angucken. Ich kann den ja auch mal hier reingucken. Geht nicht so gut. Also, ihr seht schon. Moment, hier. Wie der aussieht. Und jetzt habe ich aus so einem zweidimensionalen, recht langweiligen Malbild was ganz Interessantes gemacht. Hier so eine Figur. Und das kann man auch noch viel schöner machen. Und da zeige ich euch noch mal eine andere App. Und die App, die zeigt euch für ganz viele Modelle so ein echtes, realistisches Bild davon in eurem Kinderzimmer, wenn ihr das wollt. Wir fangen einfach mal mit Formel 1 Auto an. Modell mal laden. So, jetzt schauen wir mal, ob ich das auf meinen kleinen Tisch hier platziert kriege. Wir probieren es mal. So, jetzt steht hier bei mir im Zimmer so ein kleiner Formel 1 Wagen. Den gibt es auch noch in rot. Und was ihr jetzt eben tun könnt, ihr könnt da mal reingucken. Ihr müsst nicht irgendwo hin ins Museum fahren und das anschauen. Ihr könnt hier mal reingucken. Also hier sitzt der Fahrer. Jetzt gucken wir mal, wie der Fahrer drin sitzt, wie das aussieht im Cockpit. Und das hier ist das Cockpit. Das Lenkrad, die ganzen Knöpfe. Hier muss der bedienen. Da kann man sich genau angucken, wie das aussieht. Man kann sich auch hier mal die Reifen anschauen näher. Wenn einen die Reifen interessieren, die müssen ja mal gewechselt werden. Und dann kann man hier richtig reingriechen. Kann man sich richtig so angucken. Jede Schraube, jedes Teil kann man sich hier angucken. Und neben solchen Autos gibt es auch noch ganz andere Dinge. Ich mache jetzt mal ein bisschen Biologieunterricht mit euch. Oder Sachunterricht, je nachdem. Ihr habt ja bestimmt auch schon was über Insekten gelernt in der Schule. Hier können wir uns mal anschauen, wie denn so eine Biene ist. Und wie das ist mit dem Blütenstaub und mit dem Ganzen. Habe ich jetzt hier mal so eine kleine Miniwiese mit ein paar Blümchen. Und hier oben ist schon so eine Biene unterwegs. Die können wir uns auch ein bisschen anders anschauen. So sieht die aus. Und dann müsst ihr euch das nicht auf irgendeinem ausgedruckten Blatt oder im Lehrbuch angucken. Sondern ihr könnt die einfach hier mal im Detail anschauen. Und auch so ein bisschen die einzelnen Teile. Was die hat. Ihre Flügel. Und dann kann die losfliegen. Und für die, die Fische gern mögen und auch mal ins Aquarium eintauchen wollen, machen wir jetzt schnell noch ein Korallenriff als letztes. So, jetzt ist mein Zimmer hier unter Wasser eingetaucht in einen Korallenriff. Und ihr seht schon die schönen Farben. Ich hoffe, das kommt gut rüber. Und dann könnt ihr euch den Fisch hier eben mal angucken, der hier schwimmt. Den kann man auch anklicken. Und dann kriegt man auch eine Info drüber. Das ist alles wieder in Englisch hier. Da kann man sich mal so einen Korallenriff fast im Nähe angucken, ohne in den Taucheranzug tauchen zu müssen. Und all das macht man mit virtuellen Realitäten. Mit einer AR-Anwendung. Und so kann man dann das Ganze gestalten. Und so. Das gehen. Zurück. Ich hoffe, das konnte man gut sehen und seinen Eindruck gewinnen, wie man das sich vorstellen kann. Wie man das eben wirklich anfassen kann, kann man es nicht, weil es ist ja nur am Handy dann wieder virtuell drin. Aber man ist ja in dem Raum mit und man hat das Gefühl, wirklich das zu entdecken. Das kann man damit. So, ich muss bitte auf die Uhr schauen, dass wir noch das letzte Thema uns kurz angucken können. Als letztes, als drittes, wollte ich euch ja noch ganz kurz zeigen, wie so ein Spiel entsteht. Ich habe euch auch wieder ein kleines Beispiel mitgebracht, was Studierende von uns dann programmieren mussten, gemacht haben. Und ganz kurz nur mal erklärt, wie sowas funktioniert. Und dann zeige ich euch gleich wieder das Beispiel. Dann könnt ihr euch das sehr gut vorstellen. So ein Spiel, wenn man das entwickeln will, dann braucht man erst mal eine Idee. Und da steht immer als erstes da, ich brauche ein Konzept. Und wenn ich so ein Konzept habe, was will ich überhaupt spielen? Dann muss ich mir überlegen, wie sieht die Welt aus, in der das Spiel abläuft? Das muss ja spannend sein, interessant sein. Und zu so einer Welt gehören dann auch immer Spielfiguren. Die Spielfiguren müssen sich irgendwie bewegen. Also brauche ich irgendwie Szenen. Was kommt wann? In welcher Abfolge? Und letztendlich Oberfläche, das ist so dieses Aussehen. Wie soll es dann aussehen? Alles in grün, alles in gelb, alles in rot oder schön bunt. Und dann kann ich mich hinsetzen, wenn ich das alles weiß, und programmiere dieses Spiel. Dann setze ich mich wirklich an den Computer, schreibe die ganzen Programmzeilen. Und am Ende kommt das raus, was man dann am Handy oder am Computer spielen kann. Zu jedem diesem Teil habe ich euch jetzt hier mal ein Beispiel mitgebracht. Also seht, wie das dann entsteht. Dieses erste, eine Idee zu entwickeln, welches Spiel soll ich denn machen? Hier hat quasi die Gruppe sich überlegt, Medusa wurde von einer Göttin verflucht und in ein Ungeheuer verwandelt. Seither hat sie Schlangen als Haare, eine Haut aus Schuppen und funkelnde Augen. Der Anblick von Medusa versteinerte jeden, der sie erblickte. Also so eine märchenhafte Geschichte quasi. Und das wollen die in den Spielen umsetzen. Dann haben sie angefangen. Am Anfang meint man sich einfach irgendwas hin. Das sieht noch nicht hübsch aus hier. Würde keiner spielen wollen von euch. Aber da ist so ein bisschen festgehalten, was passiert? Wer ist da beteiligt? Was ist quasi so die Geschichte dazu? Und dann überlegt man sich auch, wer spielt da mit? Und das sind hier zum Beispiel diese Männchen. Dann geht man dazu über und überlegt sich erst mal diese Spielewelt. Wo soll es denn laufen? Hier das Spiel sollte viel im Wald sein. Ich habe dann so Bäume, Wiese oder eben hier oben in so einem Olymp, wo ich dann entsprechend auch durchlaufen kann. Dann braucht man jemanden, der im Spiel auftaucht. Also wer spielt? Diese Darsteller, Charakterdesign. Und da macht man sich auch erst mal auf dem Papier. Das kann man auch am Computer malen. Aber man malt erst mal, wie sieht das überhaupt aus? Und dann entsteht da so ein Modell wie hier. Das war der kleine Ritter, der dann die alle wieder entsteinern soll. Und so sieht das aus am Schluss. So, wenn man jetzt die Spielewelt hat, die Charaktere, die da drin spielen sollen, dann überlegt man sich jetzt, wie läuft das ab? Man bastelt quasi, Storyboard nennt man das, oder eben Spielszenen. Was passiert nacheinander? Erst treffen die sich hier, dann verdunkelt sich was, dann kommt diese Böse Medusa irgendwann. Also man baut ein bisschen Spannung auf. Wie funktioniert das Ganze? Und wenn man das alles zusammen hat, dann braucht man noch so eine Spieloberfläche, dass es hübsch aussieht. Man hat ja die Welt schon ein bisschen designt, aber dann gehört auch noch ein bisschen dazu, so Spielstamm, wie viel Leben habe ich denn noch, wie viele Blitze habe ich schon eingesammelt? Da muss man noch ein bisschen überlegen, wie das aussieht. Und wenn man das jetzt alles zusammen hat, dann kann man sich hinsetzen, das, was man in der Informatik alles gelernt hat, das Spiel programmieren. Darüber reden wir heute mal nicht. Und dann sitze ich vor dem Computer und entwickle quasi das letztendlich das Spiel, so wie es dann laufen soll. Und dass ihr auch das mal seht, was hier rausgekommen ist, auch eine kleine Videosequenz, das ist mal kurz das Spiel, wie das dann wirklich funktioniert hat am Ende. Was? Untertitelung des ZDF, 2020 So, das geht jetzt endlos so weiter. Ich glaube, jeder von euch kennt ein ähnliches Spiel und hat das auch schon mal gespielt. Aber auch das lernt man in der Informatik. Also deswegen, wenn ihr Interesse daran habt, seid immer schön aufmerksam. Mathematik habe ich schon mal angesprochen, ist immer wichtig. Aber Informatik ist dann auch wirklich spannend. Man kann Dinge tun, die man anfassen kann. Fesselt einen wirklich manchmal. So, damit bin ich mit meinem Vortrag am Ende. Und was wir jetzt noch haben, ist die Auflösung des Preisrätsels, beziehungsweise die Vergabe nochmal der Preise. Es gab ja keine Lösung in dem Sinne. Sondern ich zeige jetzt auch mal die Preisträger, was die erstellt haben, wie die das gewonnen haben. Ich hatte als Aufgabe ausgegeben, dass man dieses Malbild mal ausprobieren soll, dass man es ausmalt, dass man eine virtuelle Welt damit erschafft. Und ich hatte einen Vogel euch mitgegeben und es haben insgesamt neun Juniorstudierende mitgemacht und Lösungsbilder eingesandt. Die Preise werden, wie immer, von der Sparkasse Vogtland gestiftet. Da gibt es dann einen Rucksack, wo bestimmte Dinge drin liegen. Ich habe in der Informatik nicht so viel zum Anfassen. Aber ich habe hier mal so einen kleinen Block mit Haftnotizen und einen schönen Stift drin und das Ganze zusammengebunden. Ich schaue, dass das auch noch den Weg in den Rucksack findet und dann kriegen die Preisträger das entsprechend. Der dritte Platz, also der dritte Preis, der ging an den Ludwig aus Metschgau. Ludwig hat uns hier auch ein schönes Bild eingesandt. Ihr seht hier den Vogel in blau und lila, der in der Graslandschaft läuft. Und er hat sich auch mit auf der Wiese versteckt. Den zweiten Preis bekommt Matteo aus Ardorf. Sein Vogel ist eher ein bisschen in rosa gehalten, hier mit dem schönen gelben Schnabel. Der läuft auch über die Wiese und ganz originell im Hintergrund. Der hat halt irgendwie auch noch eine Holz-Wald-Landschaft bestimmt. Herzlichen Glückwunsch an Matteo für den zweiten Preis. Und der erste Preis, der ging an Felix aus Blauen. Felix hat uns hier auch einen sehr schönen bunten Vogel eingeschickt. Und er hat es auch dann wirklich gleich völlig umgesetzt und verstanden. Er hat im Hintergrund zu der virtuellen Realität auch noch echte Pflanzen gestellt. Und so gibt es dann natürlich auch ein sehr schönes Bild. Also Felix, auch vielen Dank dafür. Vielen Dank auch den restlichen, die was geschickt haben und jetzt leider keinen Preis gekriegt haben. Probiert es einfach beim nächsten Mal aus. Da gibt es sicherlich wieder gute Preise. Weil die nächste Kinder-Uni, die ist dann am 30. April. Das Thema, Herr Neumann, habe ich jetzt leider nicht im Kopf. Das dürfen Sie dann bestimmt noch mal sagen. Dort wäre dann die nächste Veranstaltung, wo ihr sicherlich wieder alle kommt. Und wo ihr ein anderes Thema lernen könnt und lernen wollt bestimmt. So, ich wäre dann, wie gesagt, soweit mit meinen Themen durch, die ich euch kurz vorstellen wollte. Es war ganz viel in der kurzen Zeit. Wir könnten über jedes Thema jetzt den ganzen Nachmittag noch reden. Aber bei dem schönen Wetter wollt ihr heute bestimmt auch noch ein bisschen raus, irgendwas draußen machen. Deswegen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und ich freue mich jetzt auf eure Fragen, was euch interessiert, wo ihr noch mehr wissen wollt. Und die würde ich gerne noch beantworten. Okay. Vielen Dank, Kollege Wölf, für den sehr interessanten Vortrag und vor allen Dingen für die schönen praktischen Beispiele. Ich denke, das hat alle ganz voll begeistert. So, ich würde euch jetzt die Stummschaltung wieder aufheben. Ich habe die mal zwischenzeitlich dann einloggen müssen, weil sich versehentlich immer wieder welche freigeschalten hatten. Wir machen es wie immer. Wer eine Frage hat, bitte die Hand heben. Ihr kennt das ja. Ihr habt rechts unten in der Menüleiste das Symbolbild, die Hand heben. Und dann sehe ich das, wer die Hand gehoben hat und rufe euch der Reihe nach auf. Und parallel dazu könnt ihr auch Fragen in den Chat schreiben. Ich bitte euch jetzt, nur Fragen noch in den Chat zu schreiben. Ihr benutzt ja auch den Chat immer, um miteinander zu kommunizieren. Aber das macht es mir dann nicht ganz so einfach, die Fragen daraus zu filtern. Wenn da 500 Pfeilen im Chat stehen und drei Fragen sich verstecken, dann übersehe ich auch mal was. Also, falls ich was vergesse, dann einfach bitte nochmal melden. Ja, ich hebe jetzt eure Stummschaltung auf, sodass ihr... Ja, 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 und würde das jetzt so machen, dass, also die Stummschaltung habe ich so aufgehoben, dass ihr euch wieder freischalten könnt. Und bitte nur derjenige, der sich meldet, auch sprechen und nicht alle gleichzeitig. Bei 80 wird es sonst ein bisschen schwierig. Schön wäre es, wenn ihr unten in der Menüleiste... Ach, schön, bei euch. Wenn ihr unten in der Menüleiste das Symbol Handheben nehmt, dann sehe ich nämlich oben bei euch als Teilnehmer, wer die Hand gehoben hat und dann rufe ich euch nach der Reihe nach auf. Hä, wo sind das jetzt? Ich finde das nicht. Ich finde das nicht. Rechts unten, wo ihr auch die Symbole habt und wo ihr Reaktionen zeigen könnt, da ist das Symbol Handheben. Ja, bei mir ist es so, dass ich mich eingeloggt habe, habe ich die Hand gefunden, aber jetzt finde ich die irgendwie nicht mehr. Dann gibst du in der Reaktion ein Handheben und dann fangen wir an. So, als erstes, hat den Nilofahr die Hand gehoben? Nilofahr, was hast du für eine Frage? Kann man diesen Roboter denn kaufen? Den Roboter? Ja, den kann man auch kaufen. Der kostet aber einiges. Also der ist ziemlich teuer. Ich glaube nicht, dass ihr den zu Ostern oder zu Weihnachten von euren Eltern bekommen könnt, der auch noch ganz teurer ist. Also ein Roboter kostet so locker mal 56.000 Euro. Je nachdem, wie zugehört, was man noch möchte. Der ist ziemlich teuer. Ziemlich teuer. Aber dafür kann er ja auch viel. Gut. Dann würde ich als nächstes, schaue ich mal, wer die Hand gehoben hat. Andrea, Andrea Bernhagen. Bitte die Stummschalte uns aufheben. Andrea. Ich habe eine Frage, wie lange das dauert, so ein kleines Spiel zu entwickeln ist. Dieses kleine Spiel. Also das Beispiel, was ihr dort gesehen habt, das müssen die Studierenden bei uns immer so in Studienarbeiten typischerweise machen. Das ganze halbe Jahr Zeit, das sind so 13 bis 15 Wochen und da sitzen meistens auch drei Leute dran. Also da ist schon ein bisschen Arbeit notwendig. Wenn man das ganz alleine machen möchte, würde ich jetzt mal sagen, braucht man wahrscheinlich mindestens mal einen Verhandel, den man das programmieren muss. Ja. Ja. Moment, meine Stummschaltung war jetzt wieder an. Hat man mich verstanden? Nein, würden Sie sich alle nochmal wiederholen? Okay. Warum halte ich Jonathan? Ich bitte euch jetzt bitte ruhig zu sein. Sonst muss ich euch alle wieder stummschalten. Und dass ihr die Stummschaltung nicht aufheben könnt, weil wenn ihr alle durcheinander quatscht, versteht niemand mehr ein Wort. Das ist wie in der Informatik. Da muss man sich an Regeln halten in der Programmierung, sonst funktioniert der Roboter nicht. Wenn ich euch den Nao mal gezeigt hätte live, dann hättet ihr auch gesehen, der Nao kann auch nur einem zuhören. Wenn da drei Kinder schnattern, dann kommt er völlig durcheinander. Also einfach die eine oder den einen reden lassen und dann ist der nächste Plan. Gut. Also nochmal kurz zusammengefasst. Ich hatte gesagt, die brauchen so ein ganzes Semester. Ein Semester geht bei uns ein halbes Jahr und da programmieren wirklich drei Studierende dran. Die programmieren noch mehr nebenbei, nicht nur das. Wenn du das ganz alleine programmieren möchtest, hätte ich jetzt mal so gesagt, dann ist man da einen Monat drüber, vielleicht noch zwei Monate. Kommt ein bisschen drauf an, wie umfangreich das Spiel sein soll, wie schön die Grafik dann am Ende ist. Aber das dauert schon. Das ist nicht so einfach gemacht. Kommt immer so ein bisschen auf die Inhalte an, die man einstecken möchte. Kann man den Roboter denn programmieren? Wie man den programmieren kann? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es auch ganz einfache. Ich weiß nicht, wer von euch in der Schule, wahrscheinlich noch nicht. Ich weiß nicht, welche Klassen ihr so habt. Es gibt so eine Programmiersprache für Kinder, die nennt sich Scratch. Und dort kann man visuell mit Blöcken quasi Dinge zusammenbauen. So wie ihr Lego-Steine zusammenbaut, so kann man dort auch das Programmieren anfangen zu lernen. Und dort kann man dann mit Scratch beispielsweise solche Dinge programmieren, wie Roboter, warte bitte, bis du gefragt wirst. Und wenn der Roboter einen bestimmten Satz hört, dann bitte Roboter antworten mit folgendem Satz. Oder wenn er die Anweisung hört, ich soll mal hier mitkommen, also läufst du mit mir mit. Dann hebt er seine Hand und wenn die Hand, da ist ein kleiner Sensor drin, merkt, dort wird er angefasst, dann läuft er einfach mit. Und der läuft so mit, wie man ihn so ein bisschen steuert mit dem Arm, dass man ihn nach rechts oder nach links drückt. Und dann kann man den programmieren. Aber dafür müssen wir viel lernen vorher. Ganz so einfach ist es nicht. Aber Scratch ist ein schöner Einstieg, da kann man das damit machen. Jetzt gibt es für den Dietrich. Danke. Dietrich, als nächster. Ja, gibt es auch eine App, wo man das programmieren kann? Ja, also auch das gibt es. Aber wenn man, genau, wenn man aber programmieren muss, da braucht man einen großen Bildschirm. Ich weiß nicht, ob du schon mal ein Programmierer gesehen hast. Die haben dann meistens zwei Monitore, vier Monitore, weil die ganz viel programmieren müssen, zusammenbauen müssen. Also auf dem Handy programmieren ist schwierig. Das wird nicht so gut gehen. Was kann man den Roboter denn programmieren? Dem kann man alles beibringen, was er tun kann. Also der hat ja, du hast ja gesehen, der hat so kleine Motoren drin, dass er sich bewegen kann. Der kann sprechen und hat verschiedene Sensoren. Der kann alles, das, was er eben mit diesen mechanischen und elektronischen Bauteilen kann, das kann man ihm sagen. Und da sind keine Grenzen gesetzt. Alles, was man sich vorstellen kann. Du bist leiser, dein Mikro ist aus. Dann Sophia als nächstes, bitte. Ich muss kurz noch was sagen. Ich wusste nichts von der Hausaufgabe, weil ich erst jetzt bei heute dabei bin. Alles gut, kein Problem beim nächsten Mal. War ja keine wirkliche Hausaufgabe, war ja ein Preisritzen. Sophia? Sophia, hör ich nicht. Dann Reißer, du hattest eine Frage. Du hast die Hand gehoben. Wann ist Noah, am welchen Tag ist Noah geboren? Aus der Roboter? Das weiß ich nicht genau. Das habe ich versucht herauszufinden. Aber wann der wirklich geboren ist, darüber habe ich leider keine Infos gefunden. Auch nicht in den großen Suchmaschinen. Das war eben in dem Jahr. Irgendwann im Frühjahr, im späten Frühjahr kam der quasi zur Welt. Warum hat man eigentlich Roboter gebaut? Die sollen uns ganz viel Arbeit abnehmen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Bilder gesehen habt, wie Autos gebaut werden zum Beispiel. Oder andere große Dinge. Dort stehen ganz viele von diesen Roboter-Armen, die dann die schweren Bauteile hin und her schaffen. Und die auch Sachen zusammenschrauben. Die dann die metallischen Teile zusammenschweißen. Das machen alles Roboter, weil das für uns so schwer wäre und viel länger dauern würde. Ihr habt ja gesehen, wie der Lego Baumsteine suchen kann. Und der kann das 24 Stunden am Tag. Der muss nicht Mittagessen kommen. Der muss nicht ins Bett gehen abend. Der kann die ganze Nacht durcharbeiten. Und deswegen, Roboter helfen uns einfach und tun Dinge, wo wir dann andere Dinge tun können. Danke. Felix, als nächster. Nein. Aber vorhin hast du schon gesprochen. Ein Roboter-Armen-Handball-Spiel. Das wird noch schwierig. Also Handball, da müsste er sich ja deutlich besser bewegen. Muss er auch mal springen, rennen vielleicht und den Ball fangen. Da tut er sich noch relativ schwer. Also diese Homolidien-Roboter können zwar viel, aber sie sind noch ein ganzes Stück weit weg von dem, dass sie ein echter Mensch arbeiten. Okay, also vielleicht, wenn ich erwachsen bin, wird es vielleicht eher was. Genau, und das liegt ja an euch. Jetzt ist es eure Zukunft, die ihr dann irgendwann auch mitgestalten dürft. Und die Menschen entwickeln halt immer neue Technologien. So ein Handy, fragt mal eure Eltern, wo die Kinder waren. Die hatten noch kein Smartphone, wo drin alles steht. Das entwickelt sich alles. Das steht euch bevor. Niklas? Gibt es die App Clickspace auch auf Encode? Ja, die müsste es alle beide auch in beiden Stores geben. Also ob ihr das im Play Store oder im App Store findet, dann könnt ihr mit beiden ausprobieren. Okay, danke. Wie lange dauert es denn, Programmieren zu lernen? Um Programmieren zu lernen, das ist eine gute Frage. Aber es geht relativ schnell. Also unsere Studierenden, die lernen so drei, vier Jahre, werden die ausgebildet nach der Schule, wenn ihr mit der Schule fertig seid. Und die brauchen so das erste Jahr, brauchen die schon, um so einzusteigen. Aber nach einem Jahr, anderthalbem Jahr kann man anfangen, gut zu programmieren. Okay, danke. Bitte schön. Maris als nächstes. Maris? Okay, dann Theodor. Wie schwer können Roboter heben? Genau, das hängt dran, ein bisschen davon ab, wie robust oder wie groß der selber gebaut ist. Diese Roboterarme, die ich euch gezeigt habe, weil es ist so ein kleiner, also es ist eher ein Spielzeugroboter, der kann dieses halbe Kilo heben. Das ist nicht so, ich weiß nicht genau, wie schwer so ein großer Roboter das heben kann, aber der kann auch mal mehrere hundert Kilo heben. Also der kann wirklich schwere, große Teile heben. Und der humanoide Roboter, der aussieht wie ein Mensch, der muss einfach auch nur größer gebaut werden und stabiler sein, dann kann der auch noch schwerer das heben. Aber dann hat er oft ein Problem mit dem Gleichgewicht, die habt ihr gesehen, ich habe ihn extra auch mal umfallen lassen, dann fällt er auch leicht mal um. Aber wenn er kräftige Motoren hat, das liegt an der Technik, die verbaut ist, wie schwer er dann auch heben kann. Danke, Linnea. Dann kann man auch bei euch hochheben, vielleicht als Kind. Ja, wenn man einen Pflegeroboter bauen will, dann müssen sie auch stehen. Genau, Pflegeroboter ist so ein Thema, was man immer hört, aber die kommen vielleicht eher anders zum Einsatz als Unterhaltungs-, aber vielleicht können die auch da was in Zukunft, das ist nicht so richtig definiert. Danke, Linnea. Ja, du bist da. Linnea? Okay, dann Vincent. Was war denn die App, wo wir vorne in das Auto reingestiegen sind? Click Space, das ist mit J, I und G geschrieben. Und dann noch Space. Sieht man meine Freigabe noch? Nee, die ist weg, ne? Nee, die hatte ich jetzt, aber Sie können es nochmal freigeben. Nee, nee, alles gut. Ich spüre zurück und lese es nochmal selber. Genau, mit J, I und J, I, G und dann Space. Emily, Christine? Emily, du bist dran. Andrea, du müsstest die Stummschaltung aufnehmen. Andrea, du müsstest die Stummschaltung ausmachen, glaube ich, ist das. Das war eine schöne Schaltung. Dann Dietrich, ist das für deine Frage? Mit wie vielen Jahren kann man eigentlich an der Uni studieren? An der Uni studieren kannst du, wenn du mit der Schule fertig bist. Du brauchst eine entsprechende Qualifikation, musst du auf das Gymnasium gehen, es gibt auch andere Wege. Aber im Normalfall musst du erstmal deine Schule schön abschließen und wenn du dann groß bist, dann kannst du auf die Uni oder auf die Hochschule kommen. Okay, das war meine Frage. Danke. Ansonsten können sich jetzt tausendaufsagen. Stine, Stine, bitte. Kann ein Roboter auch so zusammenbrechen? Also der kann auch in alle Teile so fallen? Kann ja bestimmt, wenn er irgendwie mal wo runterfällt oder quasi die Treppe runterpurzelt oder sowas, dann geht ja bestimmt auch kaputt. Aber die sind relativ gut verschraubt, fest verschraubt. Die sind ganz robust gebaut. Okay. Danke. Herr Richard, als nächster. Wie lange dauert das eigentlich, so einen Roboter zu bauen? Ja, das ist auch eine gute Frage. Also das Bauen an sich ist immer so nicht das große Problem, wenn man einmal weiß, wie man es tut. Aber ich glaube, das hat immer ganz lange gedauert, weil man viel ausprobieren muss. Man hat ausprobiert, wie kriege ich denn den Roboter dazu, dass er seine Arme und Beine schön bewegen kann? Wie viele Motoren brauche ich dazu? Man hat mal eine Version gebaut, die ist dann halt relativ leicht hingefallen. Man hat mal einen Neuen gebaut. Also dann hat man schon mal ein, zwei, drei Jahre gebraucht vielleicht, bis man dann so einen Richteroboter hinkriegt, der dann halt so richtig laufen kann. Also dem gleich genau hier, den kann ich jetzt auch keinen Tabletten die Hand geben, dass er euch ein Glas Wasser bringt. Das wäre ja auch ein schöner Anwendungsfall. Ihr müsst nicht mehr aufstehen, wenn es eins entschaut, sondern sagt, ich hätte gern ein Wasser oder eine Cola. Ich weiß nicht, was ihr gern trinkt. Und dann bringt er das euch. Aber um das zu können, dann braucht man auch noch viele Jahre, bis man den soweit hat. Also da baut man immer noch dran. Das ist einfach nicht zu tun. Und das ist in der Informatik immer so das Thema. Es gibt noch was Neues. Ich bin schon lange auf. Okay. Linnea, bitte. Wenn ein Roboter rechnen. Rechnen können die sehr gut. Also Rechnen ist für die das ziemlich einfach. In so einem Roboter steckt der Computer drin. Und der Computer, das ist, ich weiß nicht, ob ihr schon einen Taschenrechner mal hattet in der Schule. Aber das kommt wahrscheinlich erst noch. Aber Rechnen, das kann der perfekt. Dann schaue ich mal, wenn das Nächstes dran ist. Emily, Christine? Emily? Hört mich nicht. Nilophar? Ich wollte fragen, ob es auch Roboter gibt, die wie ein Arzt sind. Ja, also wenn du meinst, die operieren können zum Beispiel. Oder meinst du, ob die so wissen, was du hast, wenn du mit Schnupf und Fieber kommst und dir dann das richtige Medikament verschreiben. Da gibt es auch schon Ideen, aber das sind dann manchmal eher nicht die Roboter, sondern da kann man sich auch so etwas Virtuelles vorstellen. Dass man sich vor eine Kamera setzt und dann quasi mitteilt, was hat man denn für Beschwerden und dann kann derjenige. Aber ich glaube, dass man auch noch weit davon entfernt. Das ist vielleicht mal Zukunftsmusik irgendwann in ferner Zukunft. Weil unsere Ärzte, die wir momentan haben, die machen das, glaube ich, viel besser als die Roboter derzeit. Ich würde mich lieber zum richtigen Arzt setzen zumindest als zu einem Roboterarzt. Danke. Bitte schön. Danke. Richard? Wenn man dem Roboter einen Stift in der Hand gibt, kann der dann auch richtig schreiben? Ist noch ein bisschen schwierig. Also dann mit dem hier wird es nicht so einfach gehen. Der kann seine Hand, ihr habt es ja vielleicht beim Singen und beim Tanzen so ein bisschen gesehen oder bei Tai Chi, der kann die schon recht gut steuern. Also ihr müsst euch das Schreiben dann vielleicht ein bisschen anders vorstellen. Nicht so wie ihr schreibt in der Schule, ja relativ schnell. Aber der könnte bestimmt auch ein paar Buchstaben hinkritzeln. Das haben wir aber noch nicht ausprobiert. Aber das müsste er vielleicht ganz gut hinbekommen. Das Problem für ihn wird dann wieder sein, so zu wissen, wo bin ich denn? Aber da hat er seine Kameras, dass er gucken kann. Okay. Aber er wird deine deutsche Aufgabe nicht schreiben können, wahrscheinlich Schulaufgabe. Die musst du selber machen. Och, Menno, sonst hätte er meine Hausaufgaben machen können. Genau. Wenn ich Hausaufgaben aufhabe, wäre schön gewesen. Dann könnte ich sagen, ja, mach meine Hausaufgaben und ich zocke in der Weile. Dann hast du was für ein Problem, dann lernst du aber ja nichts und dann kannst du in Zukunft keinen Roboter herstellen. Ich glaube, du wolltest ja Spiele programmieren oder programmieren lernen. Ja, wegen ich habe jetzt schon so eine richtige, zuhle Idee für ein Spiel. Genau. Und da musst du ganz cool noch die Schlimmpläne machen. Ich bin schon so mit einem meiner Lieblingsfächer. Dann geht es los mit Programmieren, okay? Mhm. Gut. Stine, du hast noch eine Frage? Nein? Okay. Gut. Hat noch jemand von euch eine Frage? Ja, Linnea? Nicht? Gut. Ja, dann. Günther hat noch eine Frage. Wer hat die Hand gehoben? Wer hat? Der Kollege Krautheil. Wer hat die Hand gehoben? Ja. Also ich wollte mich nochmal einladen zur nächsten Kinder-Uni, 30. April. Da geht es um ein Thema, das eure Eltern im Augenblick viel diskutieren, nämlich, dass die Energie, ob man an der Tankstelle oder an der Heizung, immer teurer wird. Und da haben wir einen Professor eingeladen aus Dresden, der wird etwas erzählen über neue Möglichkeiten, wie man Energien speichern kann und ganz effektiv herstellen kann. Also 30. April wieder online. Also 30. April wieder online. Und da haben wir uns die Hand gehoben. Dann gehen wir uns das wieder in den Santos, 30 Minuten. Und da ist die Hand gehoben. Und da haben wir uns die Hand gehoben. Und das ist das was ich, dass ich das nell'Allen achatziere. Untertitelung des ZDF, 2020